Hallo und willkommen bei der Firma Naturbrennstoffe. Wie einige von euch wissen, sammeln wir hier in unserem Lager, wo die Brennstoffe gelagert und auch gehandelt werden, auch Hilfsgüter. Und versenden diese bis zu fünfmal im Jahr in Zusammenarbeit mit dem Verein Communitas in die Ukraine und nach Litauen. Aktuell ist unser Lager schon wieder recht gut gefüllt. Und wir könnten theoretisch schon im Oktober den nächsten Hilfstransport starten. Ich sage könnte, weil wir im Moment leider noch nicht das Geld zusammen haben für den nächsten Transport. Und wer uns dabei unterstützen will, der kann uns gerne über die Firma kontaktieren. Entweder info.naturbrennstoffe.com oder telefonisch unter 037 207 655 687. Und erfahren bei uns, wie man helfen kann. Und gerade auch über Geldspenden freuen wir uns sehr. Auch 5 Euro oder 10 Euro helfen da schon weiter. Ein Transport kostet etwa 1300 Euro. Und das Geld, was wir an Spenden bekommen, geht zu 100% für die Transportkosten. Den Rest, die restlichen Ausgaben, die stemmen wir selber. Sprich, die ehrenamtlichen Helfer arbeiten unentgeltlich. Und auch das Lager stellt die Firma Naturbrennstoffe kostenlos zur Verfügung. Also, wir freuen uns auf jegliche Unterstützung. Wer noch Kleidung, Fahrräder, Haushaltswäsche, Bettwäsche, Federbetten, Federkernmatratzen, Gehhilfen, Rollstühle, wie man es hier oben sieht, und andere Dinge hat, kann sie uns gerne vorbeibringen. Wir nehmen jeden Samstag von 9 bis 11 Uhr die Spenden an bei uns im Hilfstransportlager in der Friedrich-Gottlob-Kellersiedlung 27a in Hainichen. Und wie gesagt, auch der Kontakt per E-Mail oder Telefon ist kein Problem. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Tschüss.